Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei Dark Schnecke Reviews zu einer weiteren McFarlane Toys Figuren Review. An dieser Stelle geht ein riesen, riesen Dankeschön raus an meinen Zuschauer Freddy. Der hat einige Videos gesponsert für den Channel und unter anderem ist jetzt der gute Gorilla Grodd hier eine der ersten, die ich euch zeigen werde. Ja, aus Injustice 2 das Ganze. Ein Kampfspiel, was ich wirklich persönlich sehr, sehr gut finde. Auch die Comics habe ich dazu teilweise gelesen. Gorilla Grodd hier aus Injustice 2. Eine Geschichte, in der Superman in einer alternativen Zeitlinie zum absoluten Bösewicht wird und sich Schurken und Helden teilweise verbünden und verschiedene Fraktionen sich bilden, wo man vorher noch nie gedacht hätte, dass das möglich ist. Auch Gorilla Grodd ist mit dabei und hat dort seine Soicity halt gegründet. Und ich muss sagen, er hat mir im Spiel sehr gut gefallen, war grafisch auch sehr cool umgesetzt. Normalerweise ist ja der gute Gorilla Grodd eher der Bösewicht oder einer der Gegenspieler von Flash. Ein super intelligenter Affe, der Telepathie-Kräfte hat, der eigentlich nur gegen die Unterjochung der Menschheit, gegen die Affen halt erkämpft. Soweit ich weiß, hat er sogar irgendwann mal einen eigenen kleinen Planeten oder Dimension gehabt, wo er dann halt in Ruhe leben konnte. Ich glaube, das war sogar in der Serie. Aber in Injustice 2 hat er sich halt mit anderen Superschurken halt vereint. Und ist dann halt mit der Soicity so gesehen insgeheim am Arbeiten für Brainiac, der große Bösewicht aus Injustice 2. Die Figur selbst ist ein Riesenbrocken, muss ich sagen. Ist auch sehr, sehr schwer und gefällt mir. Ist in der typischen DC Multiverse-Verpackung. Die Figuren ab zwölf Jahren aufwärts. Eher für Erwachsene-Sammler, würde ich sagen. Von McFarlane Toys mit 22 beweglichen Punkten. Ihr seht unten nochmal DC Multiverse. Gorilla Grot. Auf den Seiten nicht wirklich was Interessantes, aber auf der Rückseite. Ein schickes Bild von Gorilla Grot. Wenn ihr Dioramen bauen könnt und das irgendwie so nachstellen könnt, ist das auf jeden Fall sehr, sehr nice. Das ist aber eigentlich so gesehen der Blick auf die Collectors-Karte, die sich bei jeder McFarlane Toys-Figur in der Verpackung befindet. Und unten habt ihr einen kleinen Einblick auf andere McFarlane Toys-Figuren. Wie zum Beispiel den Red Sun Superman, Damian Wayne Robin oder auch den Flashpoint Batman. Der gute Thomas Wayne ist da unten. Auch das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also McFarlane Toys. Ihr wisst, McFarlane Toys gehört zu meinen Lieblingsfiguren mittlerweile. Und auch Gorilla Grot ist wirklich ein absoluter Brocken. Und den gucken wir uns jetzt einfach an. Aber als erstes nochmal der Blick auf die Collectors-Karte. Wie gesagt, jede McFarlane Toys-Figur hat eine Collectors-Karte mit dabei aus einem relativ stabilen Pappenmaterial. Da seht ihr nochmal die Figur selbst, richtig cool in Szene gesetzt von McFarlane Toys. Da steht drauf Gorilla Grot Injustice 2 auf der Rückseite. Auf Englisch noch eine kleine Data File, eine Bio. Da steht zum Beispiel aus welchem Source-Material, also aus welcher Quelle er kommt. Injustice 2, das Videospiel von 2017. Der richtige Name von ihm ist Grot. Er ist 1,98 Meter groß und wiegt 272,15 Kilogramm. Also wirklich sehr interessant. Und der Rest da drin, alles auf Englisch halt auch umschrieben, dass er Telepathie-Kräfte hat etc. Dass er auch schon mal öfters gegen die Justice League gekämpft hat. Und dass er hier halt die Anti-Justice League so gesehen mit seiner Soy City halt gegründet hat. Also auch wirklich sehr interessant, gerade was die Storyline bei Injustice 2 anbelangt. Und jetzt gucken wir uns mal den Anführer der Soy City an, den guten Gorilla Grot. Und das ist ja ein Riesen-Affen-Theater, Leute. Nein, eine cool gemachte Figur. Er ist knapp 18 Zentimeter hoch tatsächlich. So ja, ab die 18 Zentimeter. McFarlane Toys-Figuren sind meist um die 16 Zentimeter. Also Gorilla Grot ist da schon eine etwas größere Nummer und wirklich eine sehr schwere Figur, muss ich sagen. Wenn ihr euch den anpackt hier, McFarlane Toys-Figuren sind generell eine Nummer wertiger als normale Action-Figuren, weil die auch ein etwas dickeres und härteres Plastik benutzen. Und das gefällt mir halt an den Figuren generell sehr, sehr gut. Und er ist auch wirklich ein Brocken. Lasst uns mal in die Details gehen. Es gibt tatsächlich etwas, was mich ein bisschen stört. Das bezieht sich aber hier auf den Paintjob tatsächlich an dieser Figur. Denn alles andere an diesem Affen ist einfach grandios umgesetzt. Und hier schauen wir uns jetzt als erstes mal so ein bisschen das Gesicht an. Er ist natürlich in seiner dicken, fetten Rüstung aus Injustice 2 unterwegs. Na, ihr seht, sein Mund ist offen. Er ist im Schrei- und Angriffsmodus. Ihr könnt auch seine Augen erkennen, wenn ihr ganz genau hinguckt. Ich weiß nicht, ob ich es in die Kamera kriege. Ich gucke gerade selber mal. Seine Augen sind in Rotton gehalten. Das gefällt mir auch sehr gut. Zähne sind gut zu erkennen. Sogar seine Zunge also wirklich richtig, richtig grandios gemacht. Es ist so, dass im Spiel halt auch seine Rüstung einen sehr goldenen Touch hat. Ich muss aber dazu sagen, auch wenn es jetzt hier in der Kamera tatsächlich wirklich sehr cool aussieht, ein bisschen Farbapplikationen hätten dieser Rüstung wahrscheinlich noch gut getan. Weil ansonsten sieht sie nämlich dann leider doch sehr nach Plastik aus. Wäre dann auch ein bisschen was mit Drybrush gemacht worden. Verschiedene Goldtöne, vielleicht ein paar Schattierungen zum Beispiel. Dann wäre das für mich hier die perfekte Injustice 2 Gorilla Grodd Figur gewesen. Auch so sieht er natürlich gut aus. Kommt natürlich auch hier und da so ein bisschen auf die Beleuchtung an, weil die Rüstung auch sehr glänzend ist. Das ist schon nice gemacht. Das ist nur der kleine Nitpick, den ich habe. Aber ansonsten kann ich ihn euch definitiv jetzt schon vorab wirklich ans Herz legen. Tolle Figur. Die Rüstung selbst hat so viele coole Details abgekriegt. Da müsst ihr wirklich mal genau hingucken. Das sieht wirklich sehr stark aus. Auch hier so einen kleinen, ähnlich wie Man at Arms aus, Masters of the Universe. So einen kleinen Schutz hier vorne. Das gefällt mir ganz gut. Ansonsten wirklich meine Highlights sind aber hier die Armschützer. Denn da sind diese Totenköpfe drauf. Auch diese Spikes und alles. Also wirklich sehr, sehr cool gemacht. Die Rüstung selbst könnt ihr übrigens nicht abnehmen. Die ist draufgeklebt. Auf der Rückseite hat er dann hier nochmal so eine schöne Rüstungsplatte mit tollen Details. Und auch der Körper von Grodd selbst. Da seht ihr wirklich, hat sich mehr Qual und Teus die Mühe gegeben. Auch die Behaarung wirklich gut zu scalpten. Das sieht wirklich auch sehr stark aus. Der Farbton von Grodd ist eher schon fast bläulich, schwarz irgendwie. Also auch gut gemacht. Auch hier ist ein kleines dickes Bäuchlein. Hat auch noch eine Panzerplatte abgekriegt. Auch seine Gürtelschnalle hier vorne. Alles wirklich sehr, sehr gut. Auch seine Hände sind gepanzert, wenn ihr das seht hier. Auch die einzelnen Finger wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und unten bei den Füßen, die typischen Gorilla-Füße. Auch hier an dem Oberschenkel nochmal Panzerplatten. Schaut mal hier vorne, allein an den Schienbeinen. Wirklich sehr spiky. Passt hier auf. Die sind echt spitz. Da könnt ihr euch echt dran so ein bisschen pieksen. Obwohl, ihr seht ja, es ist relativ flexibel. Aber passt da echt auf. Und hier unten sind tatsächlich noch jeweils eine Zehe. Auch nochmal mit einer kleinen Panzerplatte besehen. Was jetzt der Sinn dahinter ist, kann ich euch nicht sagen. Aber es sieht natürlich einfach sehr cool aus. Ansonsten ist bei Grodd tatsächlich nichts weiter mit dabei. Er hat kein Zubehör. Ich meine, er ist schon ein Brocken. Ich denke mal, auch deswegen allein dadurch, dass er so groß ist, ist nicht mehr viel Platz in der Verpackung gewesen. Ist okay. Ist okay. Ich hätte mir vielleicht noch ein, zwei Kleinigkeiten gewünscht. Denn auch im Spiel kann er ein bisschen was auf euch raufwerfen, wenn ihr gegen ihn kämpft. Irgendeinen coolen Effekt vielleicht noch für seine Telepathie oder sowas. Aber ansonsten, ja mein Gott, er ist an sich für eine Figur wirklich sehr, sehr gut gemacht. Nur erwartet da nicht daran, dass da noch irgendwas an Zubehör mit dabei ist. Außer natürlich die standardmäßig dabei gepackte Figurenplatte von Mephalen Toys mit den kleinen Nupsi. Und da muss ich sagen, diese kleine Figurenplatte, ja die ist vielleicht ein bisschen zu klein für diese riesen Brockenfigur, dass sie ihn hält. Also es ist ja keine Figurenplatte, die wirklich die Figuren wirklich richtig halten sollen. Es ist eine Unterstützung, sage ich jetzt mal. Mehr ist das auch nicht. Mit einem kleinen DC-Logo vorne drauf. Mehr ist das soweit nicht, was mit dabei ist. Und das heißt, lasst uns mal gucken, wie Grodd sich überhaupt bewegen kann. Und da musste Mephalen Toys wahrscheinlich ein bisschen selbst rum experimentieren. Denn es ist natürlich keine normale Beweglichkeit wie bei normalen Mephalen Toys Figuren, die eher auf menschlichen Körpern basieren. Also der Kopf, den Kopf könnt ihr nach links und rechts bewegen, ist sogar relativ leichtgängig. Die gesamte Rüstung ist relativ gummiert übrigens. Also macht euch da keine Sorgen. Auch hier im Helm, ihr seht das ja, ich kann das hier alles sehr gut bewegen. Es ist sehr flexibel. Ihr könnt euch daran nichts tun oder verletzen. Oder wenn er mal runterfallen sollte durch irgendeinen Zufall, da kann eigentlich soweit erstmal nichts kaputt gehen. Den Kopf können wir nach hinten biegen. Das geht auch. Nach unten können wir ihn auch noch einigermaßen biegen, dass er fast schon hier unten aufliegt. Das ist auch alles möglich. Also coole Posen sind auf jeden Fall auch hier mit dem Kopf möglich. Das geht. Die Arme kriege ich jetzt, wartet, die sind sehr fest. Auf Ratchet Joints natürlich. So weit auseinander. Guckt mal, das geht auch. Ihr könnt ihn wirklich sehr bedrohlich machen. Also das geht wirklich. Das sieht sehr stark aus. Wir haben hier auch tatsächlich eingebaut die Butterfly-Gelenke. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier an der Seite, unter den Achseln. Dadurch ist wirklich auch hier bei Gorilla Grodd die typische McFarlane-Toys-Beweglichkeit mit drin, die mir sehr gut gefällt. Wir haben einen Bicep-Swivel noch drin. Das heißt, wir können auch noch hier den Oberarm bewegen. Das geht auch alles. Wir haben einfache oder doppelte Gelenke. Wartet mal. Ein einfaches Elbo-Gelenk. Normalerweise sind es doppelte. Und da ist auch nicht wirklich so viel Beweglichkeit. Schaut mal. Also eher eingeschränkt. Die Hände könnt ihr jetzt auch nicht unbedingt perfekt bewegen. Ich nehme ihn mal von der Seite. Ihr könnt eigentlich nur die Hände biegen. Ihr könnt die Hände eigentlich nur biegen. Nach links und rechts bewegen ist sie auch nicht. Das ist auch nur ein einfaches Gelenk. Dadurch, dass hier die gesamte Panzerplatte ist, schaut mal, ist dann natürlich nicht weiter großartig was machbar. Oberkörperbeweglichkeit ist natürlich da. Weil ihr könnt ja sehen, hier ist Grudge unterteilt. Und dadurch haben wir hier auch noch eine schöne Beweglichkeit, eine schöne Range of Motion. Und dadurch, dass die Rüstung auch relativ weich ist, kann da auch nichts passieren, wenn die hier rauf rumschrabbert. Weil das hier ist Hartplastik und das hier ist Weichplastik. Also auch da, er kann sich wirklich gut bewegen. Ihr könnt da wirklich, wenn ihr so ein bisschen vorsichtig hier mit den Gelenken spielt, wirklich eine coole Pose für ihn raushauen. Er ist natürlich hier unten noch unterteilt unter dem Gürtel. Da ist auch noch eine minimale Beweglichkeit drin, aber die meiste kommt halt von hier oben. Da würde ich auch sagen, ja, strapaziert das hier unten nicht. Lasst es einfach so. Das ist schon okay. Die Beine sind jetzt interessant. Wartet mal. Die Beine können wir im Split eigentlich gar nicht auseinanderbringen. Das ist eigentlich der Split. Wir können sie auch noch ein bisschen nach innen bringen, aber viel Beweglichkeit ist hier nicht. Wir können sie ein bisschen so bewegen, dass wir die Beine nach vorne kriegen. Also Grudge hat sehr kleinliche Beine. Daher seid ein bisschen vorsichtig. Nach hinten bewegen, das Ganze geht auch. Schaut mal hier. Hier ist eher so ein kleiner Fehler drin vom gegossenen Material. Aber das sieht tatsächlich mir sogar realistischer aus, als wenn die Rüstung jetzt nur normal in diesem Gold ist. Auch interessant. Knie haben wir jetzt hier. Einfache. Wartet mal. Ich kann sie gerade nicht bewegen. Ich traue mich auch nicht. Doch haben wir. Hier. Seht ihr das? Das geht auch. Und die Füße sitzen dann auch hier auf Gelenken, wo ihr sie nach hinten biegen könnt. Vordere Beweglichkeit, eine Zehenbeweglichkeit. Und nach vorne geht das Ganze auch so ein bisschen. Und seitliche Beweglichkeit, Enkelpivot. Also er ist halt ein bisschen eingeschränkter. Das liegt aber auch generell an Grudge seiner Statur. Aber trotz alledem muss ich sagen, gefällt es mir, was ich sehe. Eine sehr, sehr coole Figur für meine McFarlane-Toy-Sammlung. Also ihr seht schon, er ist ein Brocken an Figur, ist ein bisschen eingeschränkt in der Beweglichkeit, liegt natürlich aber auch noch an den ganzen Körperplatten etc. Und die Farbgebung hätte ein Tucken cooler sein können. Aber ansonsten ist er wirklich grandios. Eine riesen coole Figur und die typische McFarlane-Toys-Qualität ist hier natürlich auch vorhanden. Nochmal danke an Freddy für diesen grandiosen Gorilla-Grodd. Und wie er euch gefällt, könnt ihr mir natürlich gerne unten mal in die Kommentare reinschreiben. Oder wer hat ihn vielleicht schon? Es kann natürlich auch sein, dass der ein oder andere da natürlich schon zugeschlagen hat. Von mir an dieser Stelle natürlich eine Kaufempfehlung. McFarlane-Toys, da könnt ihr einfach nichts falsch machen. Das ist meine Meinung. Es ist ganz selten, dass da wirklich mal was dran ist. Wie zum Beispiel bei meiner Golden Armor Wonder Woman, wo die Gelenke in den Beinen nicht so toll waren. Aber das sind dann eher die Regelausnahmen. Also macht euch da bitte keine Sorgen. McFarlane-Toys geht immer. Die haben zwar ihren etwas höheren Preispunkt, aber die lohnen sich. Die lohnen sich hier zu 100%. Und ich würde sagen, jetzt bin ich raus. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch Gorilla-Grodd gefallen hat, gerne Däumchen nach oben. Solltet ihr noch nicht Abonnent auf diesem Kanal sein. Schaut mal unten auf den großen roten Button und klickt da drauf. Dann verpasst ihr auch in Zukunft keine coolen Reviews mehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns ansonsten im nächsten Video wieder. Also macht's gut. Bis dennne dann. Und natürlich reingehauen. Outro 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 Bis zum nächsten Mal.